Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riever. Wir verschweigen bewusst die zahlreichen Provokationen durch das Hegemonialstreben der USA, durch die NATO-Osterweiterung und durch das verheerende EU-Assoziationsabkommen. Wir verschweigen bewusst den Mord an über 10.000 Russen durch die Ukraine seit 2014. Wir verschweigen bewusst, dass der Maidan-Putsch durch die USA eingefädelt wurde. Wir verschweigen geflissentlich, dass die Grünen eines ihrer wichtigsten Versprechen, nämlich keine Waffen in Krisengebiete zu liefern, erneut gebrochen haben. Wir verschweigen bewusst, dass wir in der Ukraine rechtsextreme Nazis unterstützen, während wir hier in Deutschland jeden als rechts denunzieren, der es auch nur wagt, ein Wort der Kritik gegen uns zu richten. Damit verletzen wir immer wieder vorsätzlich unsere Neutralitätspflicht. Für all diese einseitige Berichterstattung und bewusste Manipulation, insbesondere für die Denunzierung unserer Mitmenschen, müssen wir uns ausdrücklich im Namen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entschuldigen. Es ist allerhöchste Zeit, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk von Grund auf reformiert oder ersetzt wird. Heute möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen. Seit über drei Jahren lügen wir Ihnen dreist ins Gesicht. Wir haben wieder besseren Wissens Karl Lauterbachs Lüge von der angeblich nebenwirkungsfreien Corona-Impfung verbreitet. Wir haben bewusst manipuliert, als wir undifferenziert die Toteszahlen der mit und an Corona Gestorbenen in einen Topf warfen. Wir haben bewusst Angst geschürt, indem wir die Zahlen der Corona-Opfer stupide aufsummiert und sie nicht ins Verhältnis zu den üblichen Sterbezahlen setzten. Wir haben sie über die angebliche Übersterblichkeit durch Corona belogen, indem wir die Statistik nicht normalisierten. Wir haben bewusst verschwiegen, dass das durchschnittliche Lebensalter der Corona-Opfer über der Lebenserwartung lag. Wir haben durch gestellte Aufnahmen in Intensivstationen und durch falsche Zahlen irreführend den Eindruck erzeugen wollen, dass die Intensivstationen überlastet seien. Wir haben wissentlich die häufig gravierenden und teils tödlichen Nebenwirkungen der Corona-Impfungen verschwiegen. Für all diese Lügen und die bewusste Manipulation, aber insbesondere für die Denunzierung unserer Mitmenschen, müssen wir uns ausdrücklich entschuldigen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wir müssen uns erneut bei Ihnen entschuldigen. Seit Jahren lügen wir Ihnen dreist ins Gesicht. Wir haben gelogen, als wir anständige Bürger aus der Mitte der Gesellschaft als Rechtsextreme, Reichsbürger oder Corona-Leugner denunzierten. Wir haben, wenn überhaupt, dann bewusst tendenziös über die tausenden friedlichen Montagsdemos berichtet, um sie als gewalttätig darzustellen, obwohl die Gewalt fast ausschließlich von der Polizei oder den Gegendemonstranten der linksextremistischen Antifa ausging. Wir haben böswillig friedliche Demonstranten, die mutig jede Woche montags auf die erodierende Demokratie in unserem Land hinweisen, als Hetzer oder Querdenker diffamiert. Für all diese Lügen und die bewusste Manipulation, insbesondere für die Denunzierung unserer Mitmenschen, Nachbarn, Freunde und Familienangehörigen, müssen wir uns ausdrücklich im Namen des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunks entschuldigen. Es ist jetzt allerhöchste Zeit, die Verbrechen gegen die Menschheit aus der Corona-Zeit endlich aufzuarbeiten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.